Die 26 Future Ein auf die Zukunft ausgerichteter Name für ein zukunftsträchtiges Fohlen, wie ich meine. Ein Stuhlfohlen von Fiatanz, seiner Mutter von Fürst Heinrich, Rontano II und Hill Hawk. Karin Pieper aus Essen ist Züchterin. Sie hat sich für Fiedertanz in ihrer Anpaarungsentscheidung entschieden und hat sich das, glaube ich, gar nicht leicht gemacht. Diese Überlebung Fiedertanz selber, inzwischen bis zur schweren Klasse gefördert unter seiner Reiterin Teresa Wahler. Allein sechs Ängste waren aus dem ersten Jahrgang des Fiedertanz in Hannover gekürt. Ein halsbetontes, ausgesprochen schön gezeichnetes Stuhlfohlen. Der 9. Mai ist sein oder ihr Geburtsdatum. Und für's Teil dazu wie Brentano alles rassurmäßiges Leistungsblut, welches wir auf der Mutterseite finden. Future Dankeschön, die 26. Vielen Dank. Vielen Dank.